Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Life. Ich mache hier mal eben so eine Rache, die nächste Ramschkiste, einfach nur weil ich jetzt Platz brauche und mir die Zeit davon lande. Der ist gut bei Kälte, wenn wir zum Beispiel im Dick sind. Genau, für Schneegebiet, ne? Hast du überhaupt schon wieder aufgenommen? Oh Mist, ja, wir haben durch Nalo gesagt, oder? Echt, weil du rauchen warst. Ja. Manchmal tue ich das. Warte mal, hier können wir doch eigentlich... Hast du das gerade während des Aufnehmens gemacht? Nein. Hä, haben wir das eben anmoderiert? Ja. Echt? Warte mal, und hier kommen rein... Rahmenformen, die schon fertig sind. Wunderschön. Cool, äh, Ramschkiste. Bäm, 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 bäm. So Habe ich alles raus? Ich habe zu viel raus So Wunderbar Wunderbärchen Hast du noch leere Wasserkrüge? Leere? Ja Ja, die du gerade nicht brauchst Ja Kannst du mir die mal geben bitte? Äh, bitteschön Danke Sehr gerne Voll gerne Ach, das fängt doch auch noch damit an, ey Aufbewahrungskisten Halt Und Das wieder raus Ich habe auch was Ich habe gleich eine Wand frei Ich habe was getrunken Robotik-Teile? Ich brauche mehr Kisten, Jasmin Es nützt nichts Hier vielleicht Klamotten rein Äh, Kleidung Hey, steh auf dir drauf Kleidung Jasmin, nicht jetzt Ich bin schwer beschädigt Oh, sorry Gesundheit Wieder eine Sau satt Äh, Ramschkiste Oh, herr, 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 mama Jutze, tunne, ah, wir brauchen echt Blei Und so Gibt es hier eigentlich auch eine Geschwindigkeit für die Werkbank, ey Ich brauche irgendwie noch eine Kiste Eine Kiste Gibt es hier auch sowas? Nö Wirst du das schneller machen, das schneller geht oder so? Ganz bestimmt Wo denn? Ich glaube, das gibt es nicht Ja, Alter Du hast ja ewig hier mit der Munition Ähm Warte mal, die war doch leer jetzt Werkzeuge, ne? Ja Werkzeuge So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal ein bisschen sortieren und dann sind wir auch schon fast fertig Aber nach welchem Prinzip Weißt du doch nicht? Weißt du doch nicht Weißt du doch nicht Stufe 1 Bogen, ganz gut So Wieso sagte ich noch lange nicht fertig? Lange nicht fertig Ich habe es zuerst gesagt Guck mal hier wieder alles upfüllen, du Fertig Gut Gut, habe ich jetzt die Kisten unten endlich leer? Wir müssen ja was wegpüren Das nehme ich gleich mit So Einmal drin, einmal drin Aber das fällt sich nicht gut an, was er da macht Ganz und gar nicht Jetzt ist natürlich die Frage Hat das Relais ein Problem damit? Weil das müsste ich ja auch umsetzen Eigentlich Ach Jasmin Was tust du hier nur? Wieso ich? Ist der besser? So einmal, allerdings kann ich ja hoch machen, ne? So dann gleich Ist aber gegen den Balken gelaufen Ich bin voll gegen den Balken gelaufen Ich bin voll gegen den Balken gelaufen Voll gegen den Balken Oh Gott, oh Gott So So Es ist getan Es ist vollbracht, ja? Es ist wirklich vollbracht Es ist wirklich vollbracht, Jasmin Ich habe es wirklich getan Really? Ich möchte da nicht drüber reden Really? Ja Ähm, ja gut Ich kann jetzt hier nichts mehr machen Weil ich keine Geschossspitze mehr habe Ähm Das ist natürlich Äh, subgeil, ne? Sub Erkennt Du, 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 du Den Blei Aber da kann ich nicht wirklich viel mit reißen, ey Bip-bap-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip sagen, dass ich eine Schaufel besitze. Cool. Soll ich erst abreißen und dann die Wand hochziehen? Oder? Oh Gott, das muss ja auch noch weg. Voll. Geschossspitzen, ey. Da kann ich keinen Krieg mit gewinnen, ey. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Klar. Naja, so klar ist das ja heutzutage nicht mehr. Du musst ja schon aufpassen, was du sagst. Quatsch. Jasmin, ich habe mir überlegt, nach all der Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen, ne, ist es an der Zeit, dass wir nebeneinander schlafen. Oh, hast du ein Bett gebaut? Nö, nö, nö. Ich habe meinen Schlafsack nur neben deinem gelegt. Oh, ich möchte auch ein Bett. Oh, ich wollte ein Bett haben. Ähm, Bett. Breites Doppelbett. Oh, Betts. Dafür brauchen wir Baumwolle, die ich fast weggeschmissen hätte. Bist du blöd? Warum machst du das denn? Ich habe doch nur fast gesagt. Wie doof ist das? Bau mal zwei Betten. Los. Ja, kleinen Moment. Erstmal was Produktives hier machen. Lagerfeuer, muss ich auch noch zwei machen. Bitte, ey. So, Lagerfeuer ist jetzt hier vorne. Überdurchschnittlich wie ein Kochtöpfen und sowas alles nichts bringt, aber wir machen es trotzdem. Weil wir es haben. Achso. Hast du mir gerade irgendwas gegeben? Nö. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Nein, Jasmin. Wir haben für sowas keine Zeit. Und wie findet die mich immer? Haha, outplayed. Ach, verdammt. Ich habe gedacht, du springst dann auch runter. Nö. Schade. Und nicht will ich nicht zu dir. Warte, 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 warte. Nein. 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 So, dann muss diese Luke einmal weichen. Wo könnte ich denn sonst hochgehen? Auch das überlegt man sich vorher. Das ist doch Quatsch. Das können wir gleich nebenan machen hier. Passt schon. Auch setzt hier alles um und weite sowieso. Wir gehen hier hoch. Ja, das gefällt mir schon besser. So. Ich brauche einmal drei Leitern. Also eigentlich brauche ich dreimal eine Leiter. Drei Leitern? Ja. Ja. Das hat sich komisch angehört. Du gehörst hier nicht hin. So. Auch nichts. Äh, bitte? Nichts. Ich, äh, dachte, du hast gerade mit mir geredet. Nein, nein. Da hast du dich aber verhört. Da habe ich dich aber geweiht. Ich war da, mein Freund. Mein Freund. Äh, Werkzeug. Oh. Jesus. Was? Donner. Wo? Ich hoffe, wir bleiben trotzdem jetzt gleich alleine hier. Jasmin, ein Sturm zieht auf. Oha, das war ja voll laut. Belly Berry ist unterwegs. Alter, habe ich mich erschrocken. Das war voll laut. Alter, aber wie, ey. Das rumpst immer noch. Ja. Boah. Aber jetzt kommt doch frische Luft. Oh, geil. Dann würde aber auch was Zeit. Du musst schon seit Stunden das Zimmer ziehen. Mhm. Was? Was? Nein. Mach mal ab, Kollege Eisbein, ey. Weißt du, ich mache hier immer die wichtigste Aufgabe. Und du baust einfach nur irgendeinen Quatsch um. Ja, das ist wichtig. Irgendwie wirkt der Raum jetzt voll klein. Das hat die ganze Zeit nicht gestört. Doch, das war total wichtig. Ja, lebensnotwendig. Das mache ich auch ab nächst mal. Ab nächst mal. Ja, statt Munition machen, mache ich auch hier Wände einreißen. Jasmin, nur einer kann wichtige Sachen machen. Ja, ich. Nur ich meinte eigentlich Wände einreißen. Aber na gut. Wenn du dich denn besser fühlst. Wichtig vor allem. Noch nie ein Zombie durchgekommen und er macht da so einen Scheiß jetzt, ey. Ja, aber es wird ja nicht leichter, ne? Guck mal, er sieht jetzt aus wie ein Ritterbohr. Genug Munition herstellen würde auch nicht leichter. Das müssen wir später abändern. Ich darf schon höre, ey. Ich habe so einen zweiten Plan. Ach, das ändern wir später. Ach, ich brauche nochmal eine Ramschkiste. Ach, ich mache das mal so. Ach, erstmal lasse ich das so. Das ist halt, äh... Das Miner ist, äh... Alter. Da muss man ein Auge für haben, ne? Jetzt kommt das Gewitter hierher, wa? Gewitter! Wo? Neu? So. Das heißt, es müsste rein theoretisch der, der und der weg, ne? Der daneben. Und der oben drüber. Ich bin schade, dass man die Klinge nicht so setzen kann, dass die ineinander greifen. Ja, total schade. Wirklich. Ich bin zutiefst erschüttert. Ich habe jetzt ein bisschen Bamsel, muss ich ehrlich zugeben. Bamsel oder Bammel? Bammel, äh, dass hier die... Oh, das wäre gar nicht der Richtige gewesen. Dass die jetzt das Relais kaputt spucken. Müssen wir das doch noch umsetzen. Alter. Ja, nur aus Gründen der Sicherheit. Mhm. Warte mal. Oh, meine Beine. Ich muss da mal was abändern. Oh, nee, ey. Brauch mal einen. Oder vielleicht auch eine... So, mit Munition bald fertig, ja. Mehr kann ich nicht machen. Schräge? Für mehr habe ich keine Geschossspitzen, wahr? Oh, es ist windig draußen. Sind die Katzen dran? Äh, nö. Nur Lu. Oha. Jetzt kommt der Sturm. Hä, wo sind denn jetzt diese Dreiecksformen? Wie viele Minuten haben wir schon? 20 erst. Bleibt doch mal easy. Wo ist denn jetzt die Dreiecksform, Jasmin? Ist das die? Nee. 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 Jasmin. Nein! Echt noch bei Rampe? Rampe. Mein Name ist Rampfpropo. Ist die das echt? Ja! Ja! Sie ist es! Cool. Okay, und weiter geht's. Jasmin, voll motiviert, ne? Ich frage mich, ob du mich doller hassen würdest, wenn ich den jetzt wegnehme, oder stürzt einen? Dann mache ich aus. Alles gut gegangen. War doch klar. Ist das so richtig? Mal gucken, was Sunny ist. Grundsätzlich, ja, ne? Weil... Den einen links, einen rechts. So, ich muss noch ein bisschen höher. So, jetzt habe ich gleich keine Munition mehr zu machen. Ob das greift? Ich sage, wir schaffen es diesmal nicht. Okay. Haben wir so wenig Munition? Ja. Wir haben keine Geschossspitzen. Ich würde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und auch zu Beton machen. Aber der muss ja hier neben, ne? Ah, jetzt geht's ab, hier. Warte mal. Bauen wir uns hier einmal hoch. Mach mal, ich komme gleich wieder. Ich nehme noch einen weg. Eins, zwei, drei. Das heißt, der muss... ...hier raus. ...hier raus. Hat der eine andere Höhe? Enttäuscht, ne? Jo, dann kommt Jell hier noch einmal hier hin. Zack. Hängt ja jetzt ein bisschen einheitlich aus. Und... ...ja. So, ich habe noch einen Tag Zeit, Blödsinn umzusetzen. Jetzt ist die Frage, würde das denn ausreichen? Hier ist die Stange. Und wir kommen... Eins, zwei... Dann müsste das der da sein. Und wir gucken mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die denn... ...in die Klinge fallen würden, wenn die hier hinten steht. ... ... ... Ah, ich kann die auch nicht wieder aufnehmen, ne? Verdammt. Ah, ich wollte doch nur mal gucken. Ähm, wir schauen uns das mal von hier drüben an. Wir testen das einfach. Das Yenke-Experiment. So, der muss eh repariert werden. Ha! Mir ist nichts passiert. Achso, und der hier muss auch noch verkabelt werden. Oh, oh. Okay, nochmal. So, so, und wenn die denn hier runterfallen würden, hier hinten aber erst, dann könnten die da tatsächlich reinfallen. Ja, ich bin, uh, bin sehr überzeugt davon, Jasmin. Ich glaube, wir könnten dieses Mal beim Blutmond wirklich auf die, äh, auf die Kauleiste kriegen. Ich glaube auch, dass wir das nicht schaffen. Also, es ist nicht ganz so, wie ich es eigentlich... Aber wir können ja trotzdem zwei machen. Das sieht vernünftiger aus. Na ja, Hauptsache, die Optik stimmt, egal, ob wir hier zusammenbrechen. Das geht alles nur um die Optik, Jasmin, ja. Ja, ob das sinnvoll ist, das ist doch so was von Wumpels da, hä? Wären wir beide in der Apokalypse, er kann sich darauf einstehen, Optik. Echt? Ich würde überleben. Ich auch. Du wärst schon längst weg. Ivo. So, das war's mit Munition. So. Keine Schauschspitze mehr, ich kann doch Schrotflinte machen. Hat gereicht? Ja, mach mal Schrotflinte. Haben wir doch auch ordentlich. Ab hier, wo hast du denn jetzt die ganzen Sachen hingepackt? Ich muss auch mal gucken, ob ich die, äh, oben... Oh, ey. Jetzt muss ich wegen jedem Scheiß nach oben gehen. Wie bescheuert ist das denn jetzt? Liegt in Anbetracht des Möglichen. Alter. Das ist doch mega bekloppt. Unten sind die ganzen Sachen und oben muss ich mir die, die, die Zutaten holen. Und in welcher Kiste? Alter, das nervt mich ja schon, ja. Äh, zweite, also zweite Reihe rechts. Hä? Achso, brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Power? Die können doch bestimmt noch zwei Motoren rein. Jetzt hätte ich die auch oben machen können. Äh, ne? Das dürfte... Ah, ich brauch ein Relais, ne? Jasmin! In welcher Kiste haben wir denn die Elektronikteile wie Relais? Was weiß ich? Du packst die Kisten, nicht ich? Das sind die... Zeitschaltrelais. Hä, sind die nicht unten? Bei der... Bei Waffen und so? Genau. Gut aufgepasst. Ah, ja. Hilfe, ey. Okay. Wenn wir jetzt nochmal... Jetzt hab ich keinen Schrot mehr. Äh, keinen Schießpoller, wie gesagt. Das war's dann schon wieder. Junge, Junge, Junge. Mensch, du siehst das alles so negativ. Für dich ist das Glas immer halb leer, ne? Ja, immer. Weil in Wirklichkeit ist das Glas halb voll, Jasmin. Hm, hm. Wir haben eindeutig zu wenig von manchen Sachen. Das ist wie ein halber Tropfen. Ah. Das hat doch funktioniert. Jetzt brauch ich noch eine Klappe. Hm, die du mal halten könntest. Äh, nehmen wir eine Eisenklappe, wa? 40 Eisen, haben wir ja P-Eisen? Ja, wir nehmen lieber eine Holzklappe. Erst einmal. Wenn's was bringt. Oh, ey. Ich kann das nicht ab, wenn Sunny nicht hier ist. Äh. Kann ich die jetzt hier nicht oben drauf packen? Das ist doch die gleiche. Das ist doch die gleiche. Das ist doch die gleiche. Ah, okay. Dann müsste ich das nochmal nach außen setzen, oder? Dann passt das wieder damit. Oh, lol. Mann, das ist doch, das ist doch schmutzig, ist das doch. Wie ist denn das, wenn wir die jetzt, äh, falschrum einbauen? Juhu, bleib. Für unsere Zwecke reicht das. Erstmal. Das sieht halt nur kacke aus, ne? Also das müssen wir irgendwann noch abändern. Cool, dann können wir nochmal eine herstellen, wa? Äh, was fehlt? Wie geht's mit meinem Fahrrad jetzt hin? Das ist runtergekullert. Äh, 8, 6, 10. Äh, 8, 6. Was machst du denn, feines, Jasmin? Bleib abbauen. Oh, schön. Willst du auch wissen, was ich mache? Mhm. Okay. Wenn, wenn du es dir überlegen solltest, dann... Nein. Ja, aber das Angebot steht, ne? So, und jetzt will ich mal gucken, hier gibt es doch noch diese... Oh. Mhm. Rüchte man das wirklich? Er zschäpert hier in einer Tour, ey. Jetzt werde ich nass. Na doll. Ganz doll. Ich meine, wir haben hier Schrotflintengeschütztürme. Da unten. Da unten. Oh, hat was geblitzt. Also eigentlich... ...bräuchten wir es nicht, oder? Alter, hier donnerts und raus, ey. Ein bisschen zu viel Donner, ey, ja. Madonna! Das München singt mal was Schönes. Oh. Oh Mann, ey, Sunny muss rein. Alter, das Babyfond schlägt sogar an. Oh, halt die Krusche. Keiner will einen Pipab. Pipab, 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 pipab. Ist das schlimm, wenn ich so eine Ecke wegnehme eigentlich? Okay, jetzt gleich. Wenn ich schon mal hier bin, haben wir hier Munition drin? Hier nicht. Au, 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 au. Verdammt. So. Wie ist dir gerade was aufgefallen? Ja, aber auch nur, weil ich so ein auffälliger Typ bin. So, ich brauche nämlich einmal Scheiße. Also, ich... Einmal Scheiße? Ja, ich brauche einen Eimer Scheiße. Ohne Eimer Scheiße geht heute hier gar nichts mehr. Hm. Ja, das sieht ja mager aus. Also, viel Munition haben wir ja nicht, ne? Wir hätten mal die letzte Schatzkarte machen sollen. Regina hat es uns gesagt. Du hast wieder nicht gehört. Wieso, ich? Ja, ich bin nach Hause und... ...muss zur Arbeit. Und irgendwann müssen wir schlafen. Hm. Da hast du mich geschlagen. Jetzt wäre komisch, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich schon. Die Schmerzen sind heute noch spürbar da. Nicht die körperlichen. Ich bin eine Maschine, das merke ich gar nicht. Die Seelen scheinen. Ich will, dass du über dich selber lachen kannst, ey. Ja, ich finde das super. Einer muss es ja mal sagen. Ich kriege das ja sonst nie zu hören. Ja, da ist was... Ja, merkst du was? Ja, die Leute haben einfach keinen Geschmack, wenn sie das nicht so sehen. Du bist halt einfach... ...doof. Eingewildet, doof. Unfähig. Schwul. Was? Bin ich schwul? Ein Kaffee wäre ganz nice. Na, wir sollten gleich mal aufhören. Hm, kleinen Moment. Stay hydrated. Ich komme mal wieder zurück und dann... Nein, ach, bleib doch da. Nee, nee. Warum nicht? Ist doch schön, wenn du nicht da bist. Ich meine, äh... Ist doch schön, wo du bist, oder? Ich meine, das ist eine schöne Gegend. Du bist gar nicht so weit weg, ne? Nö. Ähm... 1, 2, 3. Das heißt, wir müssen... ...später... ...auf jeden Fall... Wann war das laut? Also bis hier auf jeden Fall. Wird hier wieder ein Dreieck rein? Vielleicht? ...wär es zumindest einheitlich, ne? Boah. Hast du Gewitter, ey. Ähm, definiere jetzt in real life, oder? In... Ja. Im Spiel. Nein, in echt. Äh... Wo ich schon mal hier bin. Äh... Hast du mir was Schönes mitgebracht? Nö. Warum nicht? So. Weißt du, was ich der letzten Frau gesagt habe, die mir nichts mitgebracht hat? Ich gucke mich nicht. Das ist ziemlich gemein. Okay, ich möchte aber noch eine Kleinigkeit... Also wenn du jetzt hier, ne? Wenn du das Ende einläutest... Eine klitzekleine Kleinigkeit möchte ich nur machen. So. Äh... Da. Okay. Und dann brauche ich noch eine... Und die muss dem wieder nach. Worum geht denn die andere auf? Ja, die Bretter sind so... Ist egal. Das funktioniert, ne? Bisschen schade. Ich hätte es gerne andersrum, aber... Naja. So. Ich... Mache einen Schuh. Alles klärchen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hm. Geh aus beim Zimmer. So. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Blutmond naht. Wir... Ding das vielleicht fertig. Auch ohne Muniz... Ein Blutmond zu. Die werden immer besser, ne? Oh Gott, wo kommst du denn her? Vor allem, die werden ja immer spannender, ne, Jasmin? Also ist ja immer mehr los, ne? Mhm. Bin mal gespannt, ob wir das mit... Kaum Muni hinkriegen. Wie viel hast du denn gemacht? Hast du... Hast du wegsotiert? Ja. Was heulst du denn rum? Das war letztes Mal schon fast weg. Was? Man kann nie genug... Was sag ich immer? Man kann nie genug haben, ey. Ganz viel. Viel, viel, viel. Ja. Und ist noch irgendwas in der Mache? Nein, ich mach grad... Nein, ist alles fertig. Ich mach jetzt noch Geschossspitzen. Mhm. Und dann brauch ich noch mal Kohle für Schießpulver, weil das werde ich nicht mehr hinkriegen bis zum Blutmond. Klar. So. Wir fahren nächstes Mal los, würde ich sagen. Nee. So. Oder auch nicht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ist ja immer's gut. Tschaui. 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 Vielen Dank.